Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Scheiße. Puh. Das geht doch nicht. Du hohle Birne. Ich war es nicht. Tut mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen. Ja, das finde ich nicht gut, also ich finde das nicht gut, aber das finde ich nicht gut. Gleich eins aufs Maul. Ein anderes Wort für gut. Schlecht. Richtig. Super, ja. Ich mache mir in die Hosen. Ich sage raus, aber schnell. Ich hätte gern den Hintern von Jennifer Lopez. Ey, hast du einen geilen Arsch? Du fängst an zu onanieren? Nee, hab ich nicht. Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein. Oder? Auf jeden Fall. Ich hab das noch nie erlebt. Wenn nämlich die Blumen nicht befruchtet werden, dann können sie sich auch nicht verwehren. Und wenn sie alle Insekten wegjagen, dann kann der Blütenstaub nicht von einer Blume zur anderen gebracht werden. Jawohl, so und nicht anders. Wie geht die Boss ab jetzt? Ich träg' einen Sekt vielleicht. Definitiv nein. Ich will jetzt Nationaltrainer werden. Oder, äh, oder, äh, oder, äh, ja. Pommes. Leck mich im Arsch. Ja, und da steh' ich mit, da. Der Prinz, ne? Weil die sich drinnen ausziehen müssen, das heißt, die müssen Hosen anprobieren. Und deshalb, weil wir es wegen der Frauen und Männer zusammen hier bei der Bundeswehr sich nicht gegenseitig ausziehen dürfen, wegen der, ich weiß nicht, was ich mein, wegen der ganzen männlich-weibig, die ganze Geschichte, die hier damit zusammenhängt, das soll ja nicht wegen der Sexualität und diese Geschichten. Die Holländer, wir machen immer Spaß. Und die Deutschen, die machen alles kaputt.